Seat ist im Aufwind und der Grund dafür sind die fast schon sensationellen Absätze des Ateca. Es ist wahrscheinlich, dass das SUV zum Nummer eins Verkaufsschlager der Spanier wird. Derzeit kommen sie nämlich kaum mit der Produktion hinterher. Und die Kapazitäten im Werk könnten noch weiter gefordert werden, wenn der hier auf den Markt kommt. 2018 plant Seat nämlich eine Cupra-Variante vom Ateca. Das bedeutet 300 PS, Allrad und Beschleunigungswerte zwischen 5 und 6 Sekunden von 0 auf 100. Über den Preis können wir noch nicht sagen, aber irgendwas um die 40.000 Euro sind als Basis wohl realistisch.